Mia! Warte, Pia! Ich komme auch! Hörst du mich, Schatz? Sie bewegt sich nicht, Paul. Tu doch etwas, mein armes Mädchen. Hilfe! Wir brauchen Hilfe! Warum hilft uns denn niemand? Lebt Mia eigentlich noch? Wir brauchen einen Arzt! Oh nein! Was habe ich getan? Mia ist auf den Boden gefallen. Das ist völlig verrückt. Was ist dann passiert? Hallo! Ist hier jemand? Wir brauchen einen Arzt! Warum hört mich denn niemand? Meine Tochter braucht sofort Hilfe! Wie geht es ihr? Das ist alles deine Schuld. Du hast sie fallen gelassen. Das wollte ich nicht. Ich liebe meine Tochter doch. Mia ist nicht deine Tochter. Aber ich habe sie Mia genannt. Mir egal. Ich bin ihre Mutter. Ich liebe dich so sehr. Bitte stirb nicht, Mia. Bitte überleb, mein Engel. Ich werde richtig wütend! Warum ist hier kein Arzt, verdammt nochmal? Meine Tochter stirbt gerade! Tu doch etwas, Melanie. Ich weiß aber nicht was. Mein Baby darf nicht sterben. Ist denn hier kein Arzt? Ich kann es nicht glauben. War es echt so schlimm? Ja, es war sehr schlimm. Erzählt weiter. Was mache ich denn jetzt? Mia braucht schnell Hilfe! Niemand hilft uns! Ich traue mich nicht zurückzugehen. Ich habe Angst, Mia zu sehen. Ist alles in Ordnung? Warum weinen Sie? Oh mein Gott! Ich bin aber nicht Gott. Sind Sie ein Arzt? Ja, das bin ich. Sie müssen mit mir kommen! Meine Tochter ist auf den Boden gefallen! Sie hat sich stark verletzt! Oh nein! Bringen Sie mich sofort dahin! Hast du gesehen, ob Mia auf ihren Kopf gefallen ist? Ja, ich glaube schon. Oh nein! Das ist schlecht! Warum ist das schlecht? Ich bin Dr. Rommel. Endlich ist ein Arzt hier. Bitte helfen Sie meiner Tochter. Mia ist meine Tochter. Nein, sie ist meine Tochter. Ich weiß immer noch nicht, wer meine echte Mutter ist. Du wirst dich gleich entscheiden müssen, Schatz. Sag nicht Schatz zu meiner Tochter. Mia ist aber meine Tochter. Das reicht jetzt. Dafür haben wir keine Zeit. Das Baby ist in Gefahr. Ja, bitte retten Sie Mia. Ich muss wissen, was passiert ist. Mia ist hingefallen. Ja, weil du sie fallen gelassen hast. Das ist doch jetzt egal, Pia. Nein, das ist nicht egal. Das ist alles deine Schuld. Nö, du bist auch schuld. Das reicht jetzt verdammt nochmal! Mia könnte sterben und ihr streitet euch hier! Herr Müller hat recht. Das reicht jetzt. Ist das Baby auf den Kopf gefallen? Ja, das ist sie. Das ist nicht gut. Mia könnte schlimme Kopfverletzungen haben. Vielleicht blutet sogar ihr Gehirn. Was ist dann passiert? Hat mich der Arzt gerettet? Lebt Mia denn noch? Ja, aber nicht mehr lange, wenn wir uns nicht beeilen. Oh nein, bitte tun Sie etwas. Was soll ich denn machen? Sie sind doch ein Arzt! Hm, stimmt. Mia muss sofort in die MRT. Was ist das? Kann man das essen? Nein, das ist eine große Maschine, die Bilder macht. Ah, also wie ein großes Handy! Äh, genau. Dann sehen wir, ob Mias Gehirn verletzt ist. Los, wir bringen Mia sofort zur MRT. Das sieht ja gar nicht aus wie ein Handy. Äh, ja, das ist ein MRT. Aber ich wollte ein großes Handy sehen! Ist der immer so? Ja, ja. Ich starte die MRT. Habt ihr irgendwas mit Metall am Körper? Nein, ich auch nicht. Äh, nein. Okay, ich fahre Mia in die MRT. Es geht los. Ich starte die Maschine. Oh nein, mein Gürtel! Ah, holt mich runter! Ich stoppe die Maschine. Hast du noch deinen Gürtel an? Äh, ja. Ziehen Sie bitte Ihren Gürtel aus. Wir müssen weitermachen. Ja, sofort! So, ich bin bereit. Warum guckt ihr mich so an? Ähm, ich starte die Maschine. Zehn Minuten später. Es wird alles wieder gut, mein Schatz. Dein Papa und deine Mama sind hier. Ja, hier ist deine Mama. Nein, hier ist deine Mama. Halt deine Klappe, Melanie. Halt du doch deine Klappe. Was stimmt mit diesen Leuten nicht? Ich hole Mia jetzt raus. Dann gucken wir uns die Bilder an. Ich könnte einen Filter auf die Bilder machen. Dann sehen die süß aus. Gott, gib mir Kraft. Ich hole Mia jetzt raus. Sieht man schon die Bilder? Die Bilder werden gerade geladen. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Mein armes Mädchen muss wieder gesund werden. Was ist dann passiert? Wie sahen die Bilder meines Gehirns aus? Die Bilder sind da. Was sehen Sie? Was bedeuten diese Bilder? Sehen Sie diese schwarzen Stellen? Ja, was ist mit denen? An diesen Stellen blutet Mia. Heißt das, dass sie Gehirnblutungen hat? Ich befürchte, ja. Oh mein Gott, meine Tochter wird sterben! Tun Sie etwas, Doktor Rommel. Mia muss sofort operiert werden. Dann machen Sie das doch. Ich kann das aber nicht. Ich bin kein Chirurg. Dann rufen Sie schnell einen Chirurg. Ähm, das geht leider nicht. Wieso nicht? Heute ist Sonntag und ich bin der einzige Arzt im Krankenhaus. Wie bitte? Was ist das hier für ein Krankenhaus? Es tut mir sehr leid. Wir können Mia in ein anderes Krankenhaus bringen. Aber dann könnte es zu spät sein. Sie werden jetzt Mia nehmen und sie operieren. Aber ich kann das doch nicht. Doch, Sie können das, Doktor Rommel. Glauben Sie das echt? Ja, Sie müssen an sich glauben. Sie haben recht. Ich werde das schaffen. Sehr gut. Dann fangen Sie an. Es gibt aber noch ein Problem. Was ist denn noch? Mia muss schnell operiert werden. Jemand muss mir helfen bei der Operation. Ähm, ich kann so etwas nicht. Ich werde das machen. Ich bin Mias Mutter und ich werde sie retten. Aber ich bin Ihre Mutter. Nein, du blöde Kuh. Lass uns loslegen, Doktor Rommel. Ja, wir bringen Mia jetzt zum Operationssaal. Hast du mich echt operiert, Pia? Ja, das war eine sehr schwierige Operation. Doktor Rommel hat meine Hilfe gebraucht. Erzähl weiter. Es geht los. Hab keine Angst, mein Schatz. Bald ist alles wieder gut. Mia kann dich gerade nicht hören. Das weiß ich doch. Warum redest du dann mit ihr? Das macht man so als Mutter. Ach so, ich habe keine Kinder. Wir müssen uns konzentrieren. Wir versuchen jetzt, die Blutung zu stoppen. Wie ist die Operation verlaufen? Habe ich überlebt. Warum guckt ihr denn so? Ich habe so Angst, dass Mia es nicht schafft. Die Operation dauert schon drei Stunden. Bald können wir unser Mädchen aber wieder mit nach Hause nehmen. Darüber wollte ich mit dir reden, Melanie. Hä? Was meinst du? Ich schließe die Wunde. Haben wir es geschafft? Ja, aber ich weiß nicht, ob Mia überlebt. Wir versuchen sie gleich aufzuwecken. Okay, hoffentlich funktioniert das. Über was willst du reden, Paul? Wenn Mia wieder gesund ist, können wir doch zusammen nach Hause gehen, oder? Ähm, ich... Die Operation ist vorbei. Wie verlief die Operation? Habt ihr es geschafft? Ja, aber wir wissen nicht, ob Mia wieder aufwacht. Mein armer Engel! Komm mit, Paul. Wir gehen zu ihr. Ich komme mit. Mia braucht ihre Mutter. Du bist aber nicht Mias Mutter. Ich komme mit, habe ich gesagt. Mach, was du willst. Komm, Paul. Willst du wieder aufwachen, Doktor? Das ist schwer zu sagen. Mia könnte gleich aufwachen. In zehn Jahren oder gar nicht. Bitte wach auf, mein Schatz. Lass uns wieder eine Familie sein. Wie bitte? Du willst wieder eine Familie sein, Pia? Ja, lass uns wieder eine Familie sein. Also willst du wieder mit mir zusammen sein? Ja, und lass uns heiraten. Wie bitte? Paul ist mit mir zusammen. Darüber wollte ich mit dir reden, Melanie. Willst du Schluss machen, oder was? Pia war meine erste große Liebe. Ich will zurück zu ihr. Das kannst du doch nicht ernst meinen. Ich habe über drei Monate auf Mia aufgepasst. Ich liebe sie so sehr. Ich bin Mias echte Mutter. Ich bin dir dankbar dafür, Melanie. Aber du weißt genau, dass Mia mir gehört. Ich habe also drei Monate bei dir und Papa gelebt? Ja, ich habe dich wie eine Mutter geliebt, Mia. Bitte entscheide dich für mich. Nein, entscheide dich für mich. Ich habe noch ein paar Fragen. Dann werde ich mich endlich entscheiden. Ich war ja voll süß als Baby. Gebt einen Daumen hoch, wenn ihr wissen wollt, ob ich Pia oder Melanie nehme. Und klickt unbedingt auf diese coole Folge.